So, hallo und alle zum zweiten Teil der Mod-Vorstellung von Tinkers Construct. Achtung, das ist der zweite Teil. Den ersten Teil werdet ihr in der Beschreibung verlinkt finden, beziehungsweise auch in der Mod-Playlist auf dem Kanal. Einfach mal nachschauen und dann, ja, wer jetzt gerade einsteigt, nicht weiß, worum es geht, bitte dort zuerst den ersten Teil schauen. Und jetzt kommt hier der zweite Teil, in dem wir uns um die erweiterten Werkzeuge kümmern, erweiterten Werkzeuge und Waffen, erweiterten Materialien und die Modifizierer, die wir auf die Waffen und Werkzeuge drauf machen können. Das Ganze versuche ich auch wieder kompakt reinzukriegen, wird wahrscheinlich nicht alles erklären können, da das wieder sehr, sehr umfangreich ist und ich eigentlich nur zwei Parts der Mod-Vorstellung machen wollte. Dann, in der letzten Mod-Vorstellung, im ersten Teil haben wir gesehen, wie man uns schon mal Waffen gießt, unter anderem oder Werkzeugteile gießt, wir bekommen solche Gussformen heraus mit Hilfe des Ofens hier und wie man einfache Werkzeuge sozusagen zusammen craftet mit dem normalen Toolstation. So, dann gehen wir mal ein bisschen genauer in die Waffen oder Werkzeuge rein, welche es denn da alles gibt. Zunächst erstmal bei den Werkzeugen. Wir fangen an mit einer einfachen Spitzhacke. Man sieht dann jetzt immer in diesem Buch, was genau man oder welche Teile man dafür braucht, um diese Spitzhacke herzustellen und welche Eigenschaften diese hat. Also hier normale Spitzhacke ist eigentlich klar, Basic Mining Tool, soweit logisch. Dann hält man noch eine Schaufel, eine Schaufel, wird auch aus diesen beiden Teilen hergestellt und eine Hatchet ist jetzt praktisch ein neues Werkzeug und damit kann man praktisch auch wieder Holz, Blätter und auch Bäume abbauen und ist im Prinzip so ein einfaches Chopping Tool, in Anführungszeichen. So, als nächstes hätten wir auch den Matter, das ist sowas wie ein universelles, wie soll ich sagen, Farming Tool. Man kann damit unter anderem auch Pflanzen ernten, man kann es wie eine Hole benutzen, allerdings auch praktisch an Baum fällen. Dann das Broad Sword, also ein bisschen größeres Schwert, hat auch ein paar Spezialeffekte. Also wenn man blockt, dann praktisch blockiert es eine große Varietät von Schaden in die Hälfte. Sei es durch Pfeile, sei es durch alles möglich, also Blocken halbiert Schaden. So, man kann es natürlich auch auf Spinnweben machen, so lauter kleines Zeug, wenn man dabei steht, wird gecraftet oder aus diesen Teilen hier, die White Guards, Tool Rod und so weiter und so fort, muss sich vorerst Gussform schmelzen dazu. Das Long Sword ist ein sehr starkes offensives Schwert. Ja, du kannst es aufladen und wenn du es loslässt, springst du ein Stück nach vorne. Das kann ich dir theoretisch gerade mal zeigen, ist so ein Charge Boost und ich habe mir die schon mal fertig gemacht unter anderem. Das hier ist das Long Sword, das hier ist die Raper und das hier unter anderem ist der Cleaver. Ich habe verschiedene Versionen davon gemacht, man kann nämlich mit Hilfe von verschiedenen Modifizierern die Attack Damage hochschrauben, andere Effekte noch mit draufbringen, wenn man keinen Auto Repair hat und wirklich bis auf Maximum alles hochhaut, kriege ich hier 35 Attack Damage hin mit meiner Methode. Man kann auch noch Looting drauf machen, alles mögliche. Hat nur 26 plus Auto Repair, finde ich eigentlich die beste Version hier oben. Ja, ich zeige es einfach mal ganz kurz, was dann so die Eigenschaften sind. Also, Long Sword aufladen und dann kann man einmal nach vorne dashen, so nach dem Motto. Man kann auch aufladen und springen und dafür einen richtig hohen Sprung eigentlich machen. Und Jump fliegt man nach vorne, ist ganz nützig eigentlich. Rapier kommt auch noch gleich, das geht durch Rüstung durch, also macht immer Schaden. Hat das Spezialeffekt Rüstungsdurchdringung. Und wenn man recht so gemacht, kann man so leicht zurückspringen, wie bei einem Fechtkampf in Anführungszeichen. Der Cleaver hat halt einen sehr hohen Grundschaden und auch einen sehr hohen Gesamtschaden, wie man hier sehen kann. Also Long Sword ist praktisch noch Normal Speed, macht immer 19 Schaden pro Schlag. Und der Cleaver hat folgendes, der schlägt ein bisschen langsamer, hat Mining Fatigue 3. Mit Blockschlägen kann man trotzdem recht schnell schlagen und hat dafür einen sehr, sehr hohen Schaden. Aber wenn ihr habt, schlägt er halt etwas langsamer als Nachteil, als er ein sehr, sehr großes Schwert in Anführungszeichen ist. Gehen wir nochmal durchs Buch durch. Und zwar, die Waffen an sich so, ich weiß gar nicht, ob ich mich so genau darauf eingehen will, die Modifiziere sind, glaube ich, ein bisschen wichtiger und die Zeit rennt uns davon. Ihr seht immer jeweils, wie die zusammengecraftet werden. Es steht immer dabei, welche speziellen Fähigkeiten die hat. Wie gesagt, Rapier hat Armor Peers, geht durchrüst oder ignoriert die Rüstung. Du kannst so viel Rüstung haben, wie du willst, macht trotzdem immer den Grundschaden. Und ja, take a small hop backwards, hüpft dann leicht zurück. Und ich gehe einfach weiter durch. Dagger zum Beispiel ist ein kleines Messer, in Anführungszeichen, das man werfen kann. Was auch Nahkampf und auch Ferienkampf und anderen ist. Ist, ja, recht simpel, nimmst du einfach und schmeißt es durch die Gegend. Frying Pan unter anderem kann auch Schaden blockieren, genauso wie das Broad Sword, was wir mal gesehen hatten. Und hat auch noch die Fähigkeit, dass man mit Shift und Right Click das Item platzieren kann und eine große Menge an Essen kochen kann. Dann Battle Sign, ich weiß, das ist mir gar nicht mal so nützlich. Eigentlich auch nur zum Blocken von Schaden unter anderem. Und es ist ein Advanced in Weapon Technology worthy of Zombie Pigment Everywhere. Ich glaube, es sind ein paar kleine Sachen drin. Es ist ein Little Joke Weapon, also ein Scherze-Waffe in Anführungszeichen. Dann den Chisel, also nochmal ein kleines Werkzeug. Kann mal verschiedene Blöcke in Bricks chisseln. Es gibt ja auch noch den Chisel-Mod unter anderem. Ich glaube, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber ich halte es auch mal gerade vernachlässigt, war so ein kleines bisschen das Teil. Richtig cool hingegen ist der Hammer. Ist auch sehr, sehr teuer herzustellen. Die Plates brauchen nur mal acht Materialien. Ein Hammerhead und eine Tathorot, der die Möglichkeit oder die Eigenschaft, eine 3x3 Area zu minen, wenn man das nimmt. Also in den Boden, zack, werden 3x3 Blöcke auf einen Schlag abgebaut. Und genau, hat noch Smite 2, glaube ich, standmäßig drauf. Macht 2 bis 4 extra Herzen gegen Untote. Ja, hat auch eine sehr hohe Haltbarkeit, weil wenn man halt viele Blöcke auf einmal abbaut, nicht, dass die eine Haltbarkeit sich so heftig abnutzen. Wenn man es auch mit Menuhlin craftet, dann hat das eine wahnsinnige Haltbarkeit. Die Lumber X, kennen wir vielleicht schon aus Galaxy. Die sorgt dafür, dass man riesige Bäume auf einen Schlag abbauen kann. Also praktisch so wie der Timber-Mod, dass du einfach einen Block abbaust, den ganzen Baum fällt in sich zusammen. Auch für sehr, sehr große Bäume gilt das Ganze. Ist auch recht toll eigentlich in der Herstellung, aber auch sehr effektiv. Ich fahre die Axt so. Dann die Excavators, das ist halt wie der Hammer, nur halt als Schaufel, dass man halt Dirt in 3x3 Feld abbaut. Und die Scythe, ich weiß nicht, wie es hier rausgesprochen wird, Scythe, Scythe, also eine Sense sozusagen, auch recht teuer herzustellen. Aber macht Flächenschaden, AOE-Damage in 3x3x3 Feld. Also wie wenn du so eine Sense um dich schwingst. Und Harvests, also wie eine Hole, macht die auch oder kann die auch Felder beackern im 3x3 Feld. Also recht schnell. Sehr gutes Werkzeug an sich. Den Cleaver habe ich gerade schon gezeigt. Macht auch beim Block, oder beim Block drückt er wieder den Schaden zur Hälfte runter. Und hat Beheading 2 drauf. Das heißt, er köpft in der Regel auch Mobs. Das heißt, wenn man damit Wither Skeletten killt, hat man eine sehr hohe Chance, dass man auch die Köpfe rauskriegt. Wenn noch Looting drauf ist, dann ist das übelst stark, aber auch schwer herzustellen oder teuer herzustellen. Braucht viel Materialien. Und am Schluss, am Schluss, am Schluss noch die Battle Eggs kann man auch wieder viele Sachen mit machen. Man kann Holz damit hacken. Allerdings ähnlich wie die Lumber Eggs, nur in einem 1x9 hohen Tower. Also die kleinen Bäume kann man mit einem Schlag abbauen, die großen kann man nicht mit abbauen. Macht trotz allem noch Schaden. Ist halt unter anderem auch noch eine Waffe, mehr oder weniger. Kann man aber auch als Werkzeug nutzen, indem man Holz damit hackt. So, dann den Short Bow, also nochmal einen Bogen. Im Prinzip einfach nochmal ein normaler Bogen, den du aus verschiedenen Materialien machen kannst. Und ein Fall dazu, dass die Munition dazu liefert. Mit Blick auf die Uhr sehe ich, ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir gehen mal weiter zu den Materialien. Und zwar, Materialien haben wir gerade schon gesehen. Man kann einfache Sachen aus Stein herstellen oder aus Oakwood. Und jedes Material hat eine verschiedene, ja wie soll ich sagen, Haltbarkeit. Eine verschiedene Mining Speed und ein verschiedenes Mining Level, mit welchem man Sachen abbauen kann. Zum Beispiel kann man später dann mit dem Steel, mit der Steel Pickaxe, das Kobalt jetzt abbauen. Währenddessen man es mit einer Diamantspitzhacke nicht abbauen kann, weil eine Stahlspitzhacke ein höheres Mining Level hat. So, ich gehe mal weiter durch Holz, ja noch recht simpel. Dann haben wir Stein, haben wir auch schon gezeigt. Gibt es ab und zu nochmal einen Stone Shard draus. Hat jetzt schon eine höhere Mining Speed und ein höheres Mining Level. Mining Level 1, nämlich Eisen. Dann Eisen hat Mining Level 2, Redstone. Also, es ist nicht irgendwie ganz so logisch aufgebaut. Man kann nämlich auch hier mit einer Stein-Spitzhacke auch Redstone abbauen und ein bisschen durcheinander. Bei den ganzen Leveln ist es schwer durchzusteigen. Jedenfalls, wir gucken mal ein bisschen weiter durch. Wie Modifier gehandelt werden und auch die Haltbarkeit. Es gibt Flint, Flint Waffen. Es gibt Cactus Waffen. Man kann auch Cactus sich praktisch als Waffe benutzen. Man kann Knochen als Waffe nehmen. Man kann Obsidian nehmen. Hat hier Mining Speed 7 zum Beispiel. Mining Level 3, also Obsidian ist schon mal wieder ein bisschen mehr auf einen Schlag. Baumir hat übrigens auch noch eine höhere Mining Speed wieder. Allerdings nur ein kleineres Mining Level. Denn Knochen sind halt nicht so stark, in Anführungszeichen. Es ist schon ein Versuch, so ein bisschen balanciert zu werden. Dann Alomite ist wieder ein bisschen höher. Hat das Mining Level von Kobalt. Mining Speed von 8, wieder ein bisschen höher. Netheric ist wieder ein bisschen weniger. Blue Slime, das ist von diesen Schleiminseln, die ich schon mal erwähnt habe. Und Green Slime auch nochmal. Der Schleim hat halt eine wahnsinnige Haltbarkeit. 1.200. Weil der sich ja nicht so schnell abnutzt. Dann kann man hier sich Slime Crystals erstellen mit folgendem Rezept unter anderem. Dann kann man aus Papier ebenfalls noch Waffen machen. Beziehungsweise Waffen und Werkzeuge. Und ich benutze das Papier immer. Auch um die ganz, ganz schweren Waffen herzustellen. Weil das ein Zusatzfeature hat. Nämlich, dass es einen zusätzlichen Modifier gibt. Das ist writable, also beschreibbar. Wenn man also in einer Waffe aus zwei Bestandteilen Papier zusammenbaut, bekommt die fertige Waffe zwei extra Slots für Modifizierung. Und das finde ich sehr, sehr nützlich. Mit bestimmten Kombinationen kann man sich da tolle Waffen zusammenbauen. Dann Kobalt ist eigentlich in der Mining Speed das schnellste. Nämlich 11. Und deswegen benutze ich auch für meine Werkzeuge später als Spitz, also als Kopf zum Beispiel von der Spitzhacke immer Kobalt. Weil damit eben am schnellsten gemeint wird. So, Ardite zum Beispiel hat noch einen anderen Effekt. Hat Material Trade Stone Bounce drauf. Das heißt, es nutze ich nicht so schnell ab. Oder besteht eine Chance, dass ich das Werkzeug nicht abnutzt, wenn man es einmal benutzt. Und Reinforced heißt ebenfalls auch nochmal dasselbe. Hat auch was mit Abnutzung zu tun. Boah, ich muss nicht mal ein. Manulin ist das stärkste Material an sich. Auch am schwersten zu bekommen. Man schmilzt es halt aus Kobalt und Aluminium. Äh, und, und, und. Ardite zusammen, so rum. Hat auch eine sehr hohe Haltbarkeit. Und hat auch eine hohe Mining Speed. Und auch das höchste Mining Level, soweit ich weiß. Mining Level 5. Und ja, sehr hohe Haltbarkeit an sich. Hier auch vom vollen Werkzeug. Also 3000 ist heftig. Base Attack, 2 Hearts, also 2 Herzen. Man kann auch mit dem Werkzeug einen heftig Schaden austeilen, wenn es komplett aus Manulin ist. Wie gesagt, beste Material, stärkste Material. Aber auch nicht immer das Nützlichste, weil die Mining Speed zum Beispiel ist niedriger als von Kobalt. Also lohnt es sich trotzdem, beim guten Werkzeug den Kopf aus Kobalt zu machen und nicht aus Manulin. Dann Copper, ebenfalls nochmal. Bronze, Steel, also viele verschiedene Materialien. Und Pick. Pick Iron. Das ist eine spezielle Geschichte. Ist mehr oder weniger so ein Feature, sag ich jetzt mal. Hat einfach die Fähigkeit. Ähm, folgendes. Das ist ein Material Trade Tasty hat. Und das kann sein, dass dabei Mobs zufällig immer nochmal Essen droppen zum Beispiel. Ja. Gut. Dann, ähm, kommen wir eigentlich schon zu dem Modifier. Ich muss mal kurz durchgucken, ob hier irgendwo nochmal drin steht. Hier. Genau, was die einzelnen Sachen sind. Reinforced. 10% Chance, dass, ähm, also pro Level, dass sich das Werkzeug nicht abnutzt. Und Stoneboard, the tool mines fast as it works out, but does less damage. Also wie gesagt, für Werkzeuge ist Reinforced plus Stoneboard eigentlich am besten. Also mit Stoneboard ist nochmal die Mining Speed ein bisschen erhöht. Und Jagged, ähm, ist eben selber wie Stoneboard, nur dass es halt mehr Schaden macht. Writable war von Papier, gibt einen extra Modifier. Und Tasty, sometimes drops Food Items, wie ich schon gesagt hatte. Okay. Soviel dazu. Wollen wir schon mal 11 Minuten. Ähm, wir kommen zu den Modifizierern. Wir können uns also jetzt ein Werkzeug zusammenschmelzen. Bestes Beispiel. Ich habe hier eine Spitzhacke gemacht. Und, ähm, können wir ganz einfach mal hingehen. Wenn wir einen entsprechenden Spitzhacken im Kopf haben. Dafür brauche ich zunächst erstmal ein, ähm, Handle. Und zwar nehme ich dafür, ups, ein Lü. Naja, nicht das, was ich gesucht habe. Ähm, von Tinkers Construct. Wir brauchen ein Papier kleines Binding, beziehungsweise einen Spitzhackenkopf, der, ähm, aus Kobalt ist. Und das kleine Binding aus Papier. So, dann die Rod müssen wir von, ähm, müssen wir die kleine nehmen. Wo haben wir sie? Das ist die hier. Nämlich am besten die Ardite Tool Rod. Und dann können wir uns beispielsweise jetzt hier unsere beste Spitzhacke in Grundgerüst zusammensetzen. Und zwar, Spitzhacke wäre die hier. Waren wir sie? Da. Also, der Kopf am besten aus Kobalt. Das Binding, meiner Meinung nach am besten aus Papier, damit es einen so ein Modifier gibt. Und die Tool Rod am besten aus Ardite. Und da kriegen wir so eine Pickaxe raus. Und diese können wir jetzt beispielsweise ganz einfach mal modifizieren mit ein paar kleinen Geschichten. Zunächst erstmal. Auto Repair wäre ein Modifier. Ich gehe die erstmal durch. Und dann basteln wir die Spitzhacke zusammen. Bis ganz zum Schluss durch. Die Modifier. Also, wenn man die Spitzhacke zum Beispiel hat, die gibt ein Diamant. 500 extra Durability. Und das Mining Level wird auf 3 erhöht zum Beispiel. Ihr seht dann, dass das Werkzeug bekommt an der Seite so kleine Effekte noch mit drauf. Das ist auch grafisch sichtbar. Von dem Emerald erhöht sich die Haltbarkeit um 50%. Also nicht um 100, sondern um 50%. Und das Mining Level wird auch erhöht. Dann, wenn man Redstone drauf macht, bekommt man Haste auf die Waffe drauf. Das heißt, man kann damit auch wieder schneller abbauen. Also erhöht die Speed, Mining Speed bei 0,08 pro Redstone. Man kann praktisch pro Modifier 50 Redstone drauf klatschen. Genau. Bei 50,50 ist der Boost 4,0. Ja, macht eine Holzerne Spitzhacke äquivalent zu Eisen. Und ist nicht nützlich auf Waffen. Also nur für Werkzeuge gedacht. Dann Auto Repair. Das Werkzeug repariert sich langsam von alleine. Auf jeden Fall sehr nützlich. Macht man aus 9x Moss Stones kriegt man einmal so ein Moos raus. Dann als nächstes ist das Auto Smelt. Finde ich ein sehr geiles Feature bei Werkzeugen. Wenn du das Ding reinhaust, dann schmilzt es sofort die Erze durch. Und das fahre ich so hart. Du musst nicht mehr in den Ofen reinhauen. Und es deckt sich auch mit Glück. Das heißt, man kann gleichzeitig eine Glückspitzhacke oder hier Glück draufhauen als Modifier. Und das Auto Smelt. Dann bekommt man mehrfach die Erze raus. Die werden gleich schon durchgeschmolzen. Wirklich perfekt. Aber nicht kompatibel mit Silky. Dann hier wird der Ball of Moss gemacht. Und hier wird dieser Lava Crystal gemacht. Um dann halt Autos mit hinzukriegen. Als nächstes. Luck kann man auch drauf kriegen. Also Glück. Indem man Lapis benutzt. Und das hat 450 Slots. Also braucht 450 Lapis. Um das komplett aufzustacken. Am Ende hat man Luck 3 drauf. Auf dem Werkzeug. Oder Fortune. In dem Sinne Luck für Schwerter. Und Fortune auf Spitzhacken. Kommt drauf an, welcher Tool Type es hier ist. Wie es hier steht. So. Als nächstes. Für Schärfe auf Werkzeugen benutzt man Quarz. Ich glaube 82 oder 72 glaube ich pro Runde. Und das gibt immer so 2 Attack Damage dazu. 2 bis 4 Attack Damage. Bin mir nicht ganz sicher. Schauen wir uns das gleich nochmal an. Dann als nächstes. Fiery gibt es auch. Damit kann man praktisch Firespeck draufhauen. Also sorgt dafür, dass deine Waffe einen Mob Feuerschaden hinzufügt. Und ja. Für jede 5 Blaze Powder, die oben drauf kommen. Wird eine weitere Sekunde hinzugefügt, die der Gegner brennt. Und als nächstes mit dem Necrotting Bone ist es so, dass der eigene Spieler jedes Mal geheilt wird. Wenn ein Monster angegriffen wird. Und heilt ein Herz pro Knochen. Auch sehr nützlich eigentlich. Als nächstes Silky. Ist praktisch sowas wie Silk Touch. Nur dass man es halt so draufkloppen kann. Und ich glaube das kennt auch in sich jeder. Wird mit so einem Glob gemacht. Und dieser Glob wird so hergestellt. Aus einem Strings Gold Nugget. Und 4 von denen. Und Emerald gibt halt diesen Silky Jewel. So. Als nächstes Reinforced. Wenn man es noch nicht drauf hat, kann man auch folgendes machen. Dass man halt mit so einer Plate Reinforced sich draufkriegt. Das heißt, dass die Haxe sich an sich nicht so schnell abnutzt. 10%. Ich habe es vorhin schon erklärt. Pro Level. Wahrscheinlichkeit, dass ich die nicht abnutze. Knockback. Wenn man einen Piston draufkloppt. Kriegt man extra Knockback auf das Tool drauf. Und wie ihr sehen könnt. Das ist so ein kleiner Piston, der die Mobs einfach mal zurückknockt. Dann. Es gibt auch noch Behead Mobs. Also nochmal. Dass sie den Kopf droppen. Wer den Cleaver braucht, das ist nicht zwangsläufig. Aber hier ist nochmal zusätzlich der Effekt Beheading drauf, dass die Mobs halt ihre Köpfe droppen. Also wenn man Wither Skellen Köpfe braucht, am besten dieses Feature oder diesen Modifier benutzen. Dann. Nochmal Bane of Entry Pots, indem man halt einen Spider einnimmt. Oder halt Smite, indem man hier dieses Holz nimmt. Oder was genau ist das nochmal? Moment. Habe ich noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Seht man glaube ich gleich hier. Da. Graveyard-Säule aus Erde. Baumil und Dings. Und dann bekommt man ein paar just Untoten-Zeug mit Zombie-Fleisch und Knochenmehl. So Material, womit man dann ja auch Smite bekommt und dann mehr Schaden an Untoten macht. Es gibt noch eine Möglichkeit Flux-Kapazitate drauf zu hauen, dass die Haltbarkeit von dieser Energieabkommen abgezogen wird. Nicht von der Werkzeughaltbarkeit. Und ja, kann man Reds so ein Zeug nehmen. Auch von anderen Mods noch gedacht. Es ist also kompatibel mit anderen Mods. Mit dem Emerald Gold Block bekommt man noch einen weiteren Modifier. So wie wenn man es aus Papier baut. Und mit dem Nether Star bekommt man auch noch einen weiteren Modifier. Und dann sind wir endlich durch mit der groben Geschichte von der Theorie. Und jetzt noch ein kleines bisschen Praxis. Ich hoffe, dass das Video heute noch pünktlich kommt. Es wird wahrscheinlich spät kommen. Sorry. Ja, es sieht so folgendermaßen aus. Ich habe mir mal so die besten Werkzeuge und Waffen in dem Stil zusammen gemacht, die ich mir vorstellen kann. Ich habe immer die Klinge aus dem Manulin gemacht, damit der Grundschaden am höchsten ist. Und der Rest größtenteils aus Papier. Damit zusätzlich die Modifier draußen viel, viel, viel mit zu basteln kann. Zum Beispiel habe ich jetzt hier die Spitze gemacht. Folgendes. Ich habe einfach mit Lapis komplett aufgefüllt, dass sie Glück hat. Ich habe Auto Repair drauf gemacht. Und ich habe Auto Smelt noch drauf gemacht. Und dann kann man gerade mal sehen, wenn ich hier die Spitze neben reinlege, hat die vier weitere Modifier übrig sind. Erstens Auto Repair. Zweitens Auto Smelt. Drittens. Lack habe ich noch drauf gemacht. Und als vierten hatte ich, glaube ich, noch Haze drauf gemacht. Es sei denn, ich habe irgendwas vergessen. Oder nee. Kann sein, dass ich noch irgendwo auf die zweite Stufe gehauen habe. Ja, da habe ich es noch nicht ganz fertig aufgefüllt. Ah, da hatten wir sogar noch zwei übrig. Da kann man noch Sachen hinzufügen. Zum Beispiel Redstone noch dran klatschen. Damit die noch viel, viel schneller meint, als sie sowieso schon tut. Mining Speed 11 hat sie. 50 Redstone kannst du praktisch dann drauf klatschen, jeder als immer. Und dann haben wir hier am Ende eine wahnsinnige Mining Speed. Richtig krass. Mining Speed 14,6. Und kann die so an sich auch noch ein bisschen aufpimpen. Ja, man kann, glaube ich, noch ein bisschen reinhauen, weil nur 45 übrig sind. Ich habe jetzt halt hier einen Redstone Block und da gehen immer acht auf einen Schlag, ne neun auf einen Schlag drauf. Aber ja, die Spitzhacke ist am Ende in sich. Fortune wird auf drei hoch gesteckt, wenn man auch noch hochbaut. Ein kleines bisschen mit dem Lapis. So, dann auch hier bei der Schaufel. Eigentlich im Prinzip dasselbe bei der Spitzhacke. Autos meldet man halt nicht. Kann man mit Redstone lieber noch ein bisschen hochhauen. Die Lumber X hat auch übelst rein. Kann den ganzen Baum abbauen. Hat relativ viel Haltbarkeit, wenn man es aus... Aber da habe ich hier oben, habe ich das Kobalt am Ende und den gemacht. Ich glaube, es hat was Kobalt gemacht. Moment. Müsste Kobalt sein. Hat eine Haltbarkeit von 2800. Zero Mining Speed und repariert sich auch relativ schnell. Weil bei der Axt viele Holzblöcke abgebaut werden, habe ich mir gedacht, ich mache Auto Repair ein bisschen höher. Also gleich zwei, weil es dauert sonst ewig, bis sie sich wieder auffüllt. Man kann kaputte Werkzeuge auch wieder reparieren, indem man es hier an einem Table macht. Und halt entsprechendes Material, was im Werkzeug verwendet wurde, mit reinlegt. Und dann kann man auch kaputtende Tools, die verschwinden nicht, steht davon nur Broken Pickaxe, wieder reparieren. Also die reinlegen und Kobalt dazu. Und dann würde das auch wieder, oder entsprechend viel Kobalt ist, und würde es auch wieder repariert werden. So, und jetzt haben wir uns hoffentlich den Mod relativ genau angeschaut. Das Prinzip sollte verstanden worden sein. Bei dem Cleaver hier halte ich den eigentlich für den besten. 26 Attack Damage, Looting 3 und noch Auto Reveal zusätzlich drauf. Das ist recht stark, finde ich. So ein Ding würde ich mir auch in Galaxy gerne machen. Finde ich optimal. Wer noch Ideen hat, Tipps hat, wie man vielleicht auch noch sehr, sehr, oder die Waffen noch optimieren kann, besser machen kann, gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten wäre es das gewesen von der Mod-Vorstellung in Tinkers Construct. Es tut mir leid, dass ich wirklich nicht so richtig hart ins Detail gehen konnte, bei allem möglichen. Und oft auch nur grob drüber geflogen bin, aber es wäre einfach viel zu umfangreich. Jedenfalls, ja, das sollte der Überblick sein von Tinkers Construct. Ich hoffe, der Mod gefällt euch. Ich fahre den ziemlich hart. Und dann, ja, würde ich sagen, sehen wir uns an der nächsten Mod-Vorstellung. Und bedanke mich fürs Zuschauen. Was haltet ihr davon? Und ja, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.